Wann hast du vor, das neue Buch zu lesen? Wie lange dauert es, fließend Deutsch zu sprechen? Der Arzt riet mir, mehr Wasser zu trinken. Hast du die Absicht, an dem Kurs teilzunehmen? Der Lehrer ermutigt die Schüler, Fragen zu stellen. Welche Gründe gibt es, diese Entscheidung zu treffen? Wer plant, am Wochenende zu verreisen? Bist du bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Es macht mir Spaß, neue Rezepte auszuprobieren. Es wäre klug, früh aufzustehen. 2. 3. 8. 23. 23. 23. 24.